Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic, in der ich hoffentlich endlich die Gardisten verprügeln werde und außer Gefecht setzen werde und die freie Miene wieder zu dem machen, was ihr Name sagt. Der letzte, der mir wirklich gefährlich werden kann, ist der hier. Dann gab es da noch einen mit einer Einhandwaffe, einen Nahkämpfer. Der ist aber gerade nicht in der Nähe, das heißt ich kann mir jetzt erlauben, den hier endgültig auszuschalten. Sehr schön. Einer weniger. Die Armbrust nehme ich mal an mich, nicht, dass da einer noch Unsinn macht. Jetzt sagen wir nicht, Gorn ist da. Was ist passiert? Was ist da unten los? Keine Ahnung. Ist da irgendwer? Uah! Das war vielleicht nicht so klug. Ah, da sind Gorn und seine Leute. Das wird dir noch leid tun. Puh, ich dachte schon, ich wäre jetzt hier mitten im Kampf als Opfer. Okay, nicht Gorn und seine Leute. Einfach nur Gorn. Einfach nur Gorn. Ist der nicht auch runtergekommen? War der vielleicht immer hier unten? Oder ist der direkt am Anfang hier runter als Deckung oder so vor den Pfeilen? Vor dem Bolzen. Das wäre ja gar nicht was so dumm eigentlich von ihm. Oder er ist aus Versehen runtergefallen wie vermutlich einige andere. So, apropos andere. Wo sind denn die, die hier normalerweise am Anfang immer rumstehen? Die scheinen gerade nicht da zu sein. Ich nehme aber mal die Waffen an mich, die ich hier so... Da ist doch einer. Du hast mich angegriffen? Selber schuld. So. Nimm das. Schlingel. Gewicht. Ich brauche... 160 Lebenspunkte. Jetzt noch 130. Noch 100. Und 100 mache ich damit. Eins. Zwei. Wunderbar. So, hier ist noch eine Armbrust. Von daher will ich auch nicht, dass sie jemand gegen mich verwendet. Deswegen nehme ich sie an mich. Dann passiert da schon mal nichts mehr. So, noch was. Ja, auch nur eine Armbrust. Und einen Bolzen. Weg damit. So. Wo sind die jetzt? Okay, da sind... Da unten sind mein Crowner. Da will ich noch nicht hin. Wo ich hin will, ist erst mal... Du bist aus dem Weg. Oh, verdammt. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Ach du Scheiße, war das knapp. Ups, das war ein bisschen knapp. Tut mir leid. Wollte ich nicht so. Ich wollte davon noch ein bisschen... Wie fehlen mir jetzt noch? Äh... Gut über 40. Ein bisschen was über 40. Na komm, dann. 30. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. So viel dazu. Yay! Da ist einer. So, der ist weg. Aber irgendeiner hat er gerade geschossen. Plötzlich aus dem Nichts. Der davor noch nicht geschossen hat. So, nehme ich erst mal deine Waffen weg. Oh, wer hat da geschossen? Da oben. Habe ich dich. Diese Armbrust nehme ich an mich. Nicht, dass da auch jemand Unsinn damit macht. Mit Unsinn meine ich natürlich. Unsinn gegen mich. Habe ich da gerade eine Stimme gehört? Okay. Sind da oben noch Leute? Sind da Leute? Ne. Die Frage ist halt, wo treibt sich Gorn jetzt wieder rum? Ich halte mich auch noch ein bisschen hoch. Und dann... schaue ich mal, dass ich Gorn wieder finde. Hier müsste auch irgendwo noch eine Waffe liegen von dem einen. Genau, auch die nehme ich in Gewahrsam. So. So gefällt mir das doch schon besser. In dieser Mine. Noch ein Pilz. So, Lohnung. Lass dich hier nie wieder blicken. Ah, Gorn. Hey. Was treibst du denn hier? Hallo. Suchst du wieder Streit? Was? Und schon wieder bei mir? Ich wollte dich nur auffordern. Halt die Stellung. Ich werde erst mal die Lage prüfen. Ist gut. Ich warte am Mineneingang und sorge dafür, dass dir niemand in den Rücken fällt. Bis später. So. Hab ich den schon ausgenommen? Ja. Kam ich da jetzt vorhin runter? Was, diese Seite oder die andere? Nee, das war gar nicht hier, oder? Was tust du denn da? So gut, wenn Gorn da runter geht, dann gibt es da bestimmt was Tolles. Dann komme ich doch da mal nach und schauen wir das auch mal an. Vielleicht gibt es hier irgendwie Gold oder Erz oder Waffen oder Rüstung. Rüstung. Rüstung wäre gut. Rüstung wäre sehr gut. Rüstung finde ich super. So eine Minecrawler-Rüstung. Hm. Ich mache immer mehr Fackeln ansammeln. Minecrawler-Suppe. Auch eine interessante Sache, okay. Hallo. Suchst du wieder Streit? Nein. Und schon wieder bei mir? Ich wollte dich doch nur auffordern, mitzukommen. Komm mit. Ich brauche deine Unterstützung. Ich wollte nur deine... Endlich geht es weiter. Ich wollte nur deine Aufmerksamkeit. Auf in den Kampf. Das hat dir noch nicht mal wehgetan oder Schaden gemacht. Stell dich nicht so an. Kleines Mädchen. Yep. Einmal bitte deine Aufmerksamkeit des Minecrawlers. Minecrawler-Warrior. Zwei Panzerplatten. Hm? Finde ich gut. Und so schwer sind die jetzt irgendwie auch nicht, ne? Da ist nichts irgendwo dran. Ich sollte mal wieder speichern. Welcher war... Ja, der zweite. Der zweite. Der erste hat funktioniert vorhin. Den ersten habe ich vorhin geladen. Am Anfang der Folge. Den würde ich gerne als Folgenanfang behalten. Für alle Fälle. Boah, ich dachte gerade, der wäre irgendwas kaputt gegangen und darunter gekommen. Nein, es war nur Gorn. Mir scheint, die Brücke hier ist kaputt. Hallo. Auf in den Kampf. Hm. Aber wie kommen wir da runter? Vielleicht da? Ah, da ist eine Stufe. Aber, nee. Ach Quatsch. Blödsinn. Wenn hier die Minecrawler sind, dann sind hier bestimmt keine Gardisten. Und wir sind ja schließlich hier, um die Gardisten auszuräuchern. Die Minecrawler sind ja eigentlich nur so eine Nebensache. Weil ich eine neue Rüstung möchte. Und ich denke, davon werde ich noch genug treffen. Da muss ich jetzt nicht in die tiefsten Abgründe runtersteigen. Das wird auch noch so klappen. So, ach ja, genau. Hier ist der Anfang. Ach, was ist hier drin? Jetzt nichts. Okay. Komme ich jetzt von hier wieder hoch? Ja, das sieht doch gut aus, oder? Hey, komm schon. Das geht. Hey, stell dich nicht so an. Das ist machbar. Hä? Gorn? Was zur Hölle? Treffst du dich dann rum? Bring keine Minecrawler um ohne mich. Die spawnen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Dann kriege ich die Platten nicht. Das wäre ärgerlich. Ja, der ist runtergefallen. Na gut. Und dann werde ich das auch mal tun. Hier runterfallen. Ups. Das war ein winziges Schrittchen zu weit. So, brauchst du Hilfe? Sieht nicht so aus, ne? Ist das drei oder zwei? Ist das zwei? Hm, Warrior. Minecrawler Warrior. Warriors of the Mine United. Könnte man dazu sagen. So, mal die Sachen hier einsammeln. Ah, da drüben geht's auch wieder hoch. Das ist jetzt, glaube ich, die andere Seite, ne? Der Brücke. Das heißt, man kommt hier tatsächlich rüber. Man muss aber halt einmal diese Minecrawler aus dem Weg schaffen. Beziehungsweise schaffen lassen. Zum Beispiel von Gorn. Aha. Hier waren wohl doch Gardisten. Da habe ich mich getäuscht. Wenn ihr Schinken rumliegt, dann waren hier garantiert Gardisten. Hä? Da kann man einfach durch. Hey, das ist doch der, der, den ich suche. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremder bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten tötet alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gahluk. Bitte helfen. Tarok verletzt. Gahluk? Was bedeutet Gahluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gahluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok sonst sterben. Was für Medizin? Gahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen. Sonst Tarok sterben. Oh je, der Arm. Die ist bestimmt da runtergefallen, die Medizin. Ich fürchte nur, wenn ich da runtergehe, komme ich nicht mehr hoch. Ich sehe hier nämlich gerade keine Leiter. Eins, zwei. Zwei Minecrawler. Was habe ich denn da? Kein Teleport. Kugelblitz. Hey, wie war es mit dem Kugelblitz? Weil ich es kann. Macht irgendwie nicht so viel Schaden, ne? Vielleicht ein Eispfeil hinterher? Na gut, jetzt kriege ich die wohl nicht mehr. Ah, doch, da. Wo ist der Eispfeil? Da ist der Eispfeil. Ah, der Eispfeil war wohl eine Rolle, glaube ich. Nun gut, dann speichern und gib ihm. Oh, das ging ja noch. Anvisieren. Nicht die Wasser wegschlecken. Nein. Nein. Ja, so ist gut. Komm her. Komm zu, Papa. Ich sehe ihn da rechts. Warum kracht er mich nicht an? Komm halt mal her. So, geht doch. Das war ja zu schwer. Der Fack liegt da oben. Ist egal, ich habe noch 108 andere. Also, wenn der verletzt war und die Medizin schon hatte, warum hat er die dann hier verloren? Nicht einfach genommen. Oder hat er sich vielleicht davor verloren? Das könnte natürlich sein. Da ist jemand gestorben. Ich sehe keine Medizin. Tut mir leid, Tarok. Ich muss weitersuchen. Aber immerhin, äh, eine gute Sache war ja, ähm, das war blöd. Warum habe ich mich nicht geheilt? Warum habe ich mich nicht geheilt? Meine Güte, bin ich blöd. Aber gut, wir wissen jetzt, die Medizin ist nicht hier. Das heißt, ich werde jetzt die... ...Mine Crowder hier nochmal besiegen. Sehr schön. Und, äh, die Folge ist nämlich schon wieder zu Ende, habe ich gerade gesehen. Bevor ich dann hier weitermache, speichere ich tatsächlich nochmal. Und speichere auch, äh, hier auf dem Ende und so. Äh, genau. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter auf der Suche nach der Medizin für Tarok. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ähm, eine Sache wollte ich noch zeigen. Es gibt Starkbier. Habe ich irgendwo gefunden. Und es heilt Lebensenergie. Finde ich super. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.